Und herzlich willkommen zurück zu The Crew mit Krabs. Hallo. Dem Sachsen. Hallo. Und dem Mr. Manus. Hi Leute, grüßt euch. Und es geht weiter mit Verhandlungssache, Arsch. Yo. Crew Corp, auf geht's. Hey. Oh ja, jetzt hat er mich schon... Ja, egal. Das ist schon wieder mein Auto kaputt gemacht. Mäh. Ich meine, du fährst echt in alles rein, das ist schrecklich. Oh, plus Platin bei Stufe 50. Äh. Pfff. Geil. Können wir uns jetzt sehen, dass wir uns auf den Weg gehen? Direkt aus Platin. Ja, plus Platin, ey. Oder so Gold, oder so Gold. Oder so Gold, oder so Gold. So Goldmotor. Hallo, ist nur eine Golde Düssel. Äh. Schlimm, die müsste alleine fahren. Mach nix. Nee, die müsste alleine fahren. Hinterhalt. Ja, die müsste auch vorne abhören. Ja, probieren wir es mal. Wenn wir es beim ersten Mal schaffen, dann funktioniert es ja auch. Nur wenn man halt verkackt, dann nicht. Besucht McManus. Fahr ganz vorne, ich fahr hier links. Fahr links, genau. Fahr rechts in mir vorbei. Du lagst irgendwie, ich bleib rechts. Ja. Fahr hier vorne links, ganz vorne. Ganz vorne links. Wie geht's aus mit den Sternen? Fünf. Aktuell, aber wir sind ja noch hier in, jetzt kommt der Hubschrauber. Egal. Ich wär bei, wir haben ein paar Nödeln aus dem Fenster, die rutschen drauf aus. Oh Gott. Da war ne Kurve. Du legst mir hier eine Straßensperre in den Weg. Oh, die Polizei brettert einfach durch, also werden die NPCs nichts. Nice. Fährst du rechts, Tino? Ja. Oh, was das für Betonautos sind, ne? Wieder mal. Ich fahr gegen und überschlage mich erstmal und er kriegt kaum Schaden. Ich fahr hier wieder links gleich. Alles klar. Weil da vorne ist No Cops. Jo. Oh, wie die hier um die Kurven heizen, das ist unmöglich. Das ist heavy. Das ist echt krass. Du meinst, das sind ja nicht mal Bullen, das sind ja irgendwelche... Also wenn der Hubschrauber jetzt abdreht, bin ich raus aus dem Suchbereich. Jo. Sind ja auch irgendwelche... Bin raus, die Zeit läuft. Also, hallo, friends. Da ist ein Park, willst du einparken? Ja. Oh nein, davon ist wieder ein Kopf. Oh, war ja sogar. Ja, ja, das dauert bitte. Lass dich. Wow, Drecksballen. Das sind ja keine Kopf. Ja, ich will, ne. Das sind schon schwarze Autos und die Pyramiden sind hier. Die FBI ist das. Oh mein Gott, das ist FBI. Sehr wahrscheinlich. Weil sind sind die kein Handy. Oh, sag, wie du gerade geleckt hast. Bei mir hat es gerade wieder geleckt. Ey, was? FBI? Industry vermutlich. Secret Service. CIA wäre schon zur Auswahl. Ja, die foltern uns bestimmt. Die wollen deine Facebook-Adresse. Wie, er kaut das auf Privat. Das geht doch nicht. Jetzt ist schon wieder der Arschloch-Subschrauber da. Das gibt es doch gar nicht. Krieg die ja nicht von der Backe, ey. Oh, oh. Aber es geht um unsere Wertung, was du da tust. Ja, ich weiß. Aber wir sind echt heftig drauf, die Jungs hier. Ich sehe euch auch leider nirgendwo, dass ich mir mal helfe. Ja, du bist so weit weg. Einfach zurücksetzen lassen, dann kommst du näher dran. Nö, ich. Nee, du's nicht. Wir sind doch jetzt eh gleich hier bei Tino. Ich wurde gefangen genommen. Ja, dann können wir es jetzt wieder vergessen. Ja. Dann ist vorbei. Weil dann zieht die Zeit nicht mehr. Was ist dein, wie sagst du? Probiert es halt einfach, oder? Ja, es würde eh nicht schaffen. Wir sind, dass der Deku standiert. Aber die Zeit nicht. Das würde auch nicht funktionieren, wenn wir neu starten. Das funktioniert dann nicht. Wir müssen uns komplett beenden. Ja? Ja, auch wenn wir es neu gestaltet haben, hat es nie funktioniert dann. Wir müssen aber eins noch. Dann brauchst du mal die Mission Highcombe-Late-Up. Ja, eins geht auch um Längen besser, finde ich. Dann wünsche ich viel Spaß. Danke sehr, gleichfalls. Danke, dasselbe. Ob wir hier schön in einer Reihe eingepackt haben, ja? Oh nein, ablehnen, 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 ablehnen. Wir haben es erst gar nicht an, warte ich so. Also, A und B. Was ich eigentlich sagen wollte, plus 15 bei Platin Stufe 15. Ja, habe ich auch. Oh, okay. So, jetzt aber. Was ich noch? Okay. Oh, okay. Was ich noch? Oh, okay. Oh! Ja, also. Oh. Okay. Okay. Wow. Boah, was die für Betonautos sind. Das ist krass. Wenn die nicht rammen, du fliegst sofort weg. Das ist echt übertrieben. Jetzt ist auch der scheiß Heli da, Alter. Ja, der Heli bei mir ist komplett ganz woanders. Aber die Autos haben auch ordentlich Tempo. Das ist übel. Jetzt ist der Heli da. Verdammt. Ich bin hier irgendwie im Gegenverkehr. Sorry, Jungs. Ich wohne im Tunnel. Da kann er mich hier eigentlich nicht verfolgen, da gehe ich. Nee. Oh, jetzt entkomme ich hier auch gerade. Dann bleibe ich hier immer stehen. Wir gehen die Zeit eigentlich immer wieder von 9, nee, oder? Nee, die läuft dann da weiter. Gut. Gut, der Heli. Ich bin im Tunnel einfach stehen geblieben. Die Autos finden mich nicht mehr und der Heli kann mich auch nicht ordnen. Ist gut. Aber ich bin hier auch gerade im Tunnel. Zwei. Oh, der Heli kann mich trotzdem ordnen. Nee, bei mir nehme ich nicht. Ich konnte doch nicht ordnen. So, Mission erfüllt. Platin natürlich. Aber auch nur 41, ja. Teil ins Akku. Ach, und vorne kommt wieder eine Straßensperre. Ist ja klar. Ich sollte vielleicht mal das Mikrofon anmachen, Entschuldigung. Ah, hier steht es ja. Wenn du eine Platin-Medaille in einer Aktivität holst, mit dem Fahrzeugteil, die mit dem Fahrzeugteil belohnt wird, kannst du ein zufälliges Platin-Teil der Stufen 40 bis 50 gewinnen. Okay. Also zufällig. Bin auch fertig. Ich auch. Oh, hier ist ein Auto in der Nähe. Das hole ich mir gerade noch nicht. Ich habe Platin 43 plus 2 immerhin, ne? Gut. Mhm. Durch 50 bringe halt auch mal extrem viel. Okay. Und wieder eine Straßensperre. Ja, schon. Den Krebs wollen sie nicht gehen lassen. Nee. You shall not pass. Was, der letzte Kampf? Das letzte... Achso, okay, Krebs fährt noch, oder? Ja. Gold habe ich bekommen. Was habt ihr bekommen? Latin. Ich habe Latin, hm. Gold bekommen. Okay. Wo ist eigentlich die nächste Mission? Sind wir alle durch? Ja. Ja, jetzt bin ich durch. Aber ich will das Auto haben. Ja. Das ist kein Auto. Das ist die Radarstation, Krebs. Du musst ja nur hier an den, an den Dings fahren, hier rein in den Bahnhof. Warte mal, wo ist denn die nächste Mission jetzt? Gucken wir mal, ähm, das dürfte jetzt wieder in L.A. sein mit dem Schlittenstelst. Niederschlag? Unmöglich? Von der Mission her? Niederschlag oder V8? Niederschlag wahrscheinlich zuerst V8 ist doch die letzte, oder? Aber Niederschlag müssen wir zum Beispiel mit, äh, Street fahren. Ey, wo ist das? Niederschlagend, ja. Ist markiert. Mit Street, unmöglich. Das stimmt. Weil wir die Autos zu schlecht haben, da müssen wir mal gucken, ob wir Platine noch holen. Achso, stimmt, genau. Einfach überhaupt mal irgendwelche Tests holen. Richtig, die Fahrzeuge sind viel zu schlecht, die Straßenwagen. Ihr braucht 692. Ja, haben wir nicht. Haben wir denn noch irgendwo eins? Ich sehe nämlich nur das eine, was wir noch haben. Na ja, danach und danach kommt noch eins und noch eins, dann sind wir eigentlich durchschnitten. Also machen wir jetzt mit den Straßenwagen erst die Tests, oder wie sieht das aus? Ja, würde ich sagen, dass wir erstmal an der Zahl... Ja, wir filmen zuerst mal auf, dass wir auf 692 Millimum kommen, ja. Wer ist jetzt immer so chancenlos? Ja, das stimmt. Ja, das bringt ja dann ja nichts. Ja, bei dem einen Bronze-Test hier würde ich bei Bronze Plusch 31 kriegen, das heißt Plusch 31. Bedeutet, wenn ich da jetzt vernünftig fahre, dann ein Silber oder sowas raushole, das reicht ja auch schon. Warte mal, was hat denn mein Skyline? Wer gehe ich denn denn, Peko? Mit dem Straßenwagen. Schlalom-Test? Ja, boah. Verpisst dir den PC. Boah, sieht der Kammer-Abo jetzt scheiße aus. Hm, hm. Der sieht immer noch gut aus, finde ich. Hm, mit dem Straßenwagen muss man ja. Oh. Hm. So, Brumse hätte ich schon mal. Das Gute ist, mit dem Straßenwagen kriegt man beim Slalom echt alles. Auch wenn du Vollgas gibst. Ah, scheiße, ich hätte nichts da haben können. Das wäre vielleicht Gold gewesen, Junge. Gold. Gold. Gold bringt mir was. Plus 49. Sehr schön. Ja, aber mit dem Straßenwagen, Alter, da kriege ich nicht mal Gold bei ihm. Schlalom würde ich. Das Slalom-Test würde ich machen, weil du da gut rumkommst. Die anderen sind immer sehr, naja. Hat aber Silber sogar plus 23. Ja, eben. Eben, eben. Die Tests bringen schon auch nicht was. Weil ich hätte Stufe 50er oder 39er Equipment oder sowas hätte ich. Oder 40er. Oh. Shut. Shit. Oh. Wow. Brumse habe ich jetzt hier schon mal bei dem Test. Da ist aber mehr drin. Das ist Mist. Glalom sagst du? Ja, würde ich machen. Was ist eigentlich mit dem, die man schon mal gemacht hat? Kannst du nochmal machen. Ach ja, na eben. Die kannst du einfach nochmal machen. Ich stehe dich vor. Du kriegst sogar einen Erfolg, wenn du eine Mission 30 Mal hintereinander musst. Naja, scheiß auf den Erfolg. Ja, das ist halt, wenn du dich halt extrem verbessern willst. Oh nein, da habe ich eins verfehlt im Slalom. Einfach wegen... Oh, dieser Fuck-Verkehr hier. Gold kann ich auch vergessen. Ich glaube, jetzt kriege ich nicht mal mehr Silber. Da hat der Platy mit seinem Straßenwagen geholt. Plus 23, Beschleunigungsbonus. Sehr schön. Scheiß Verkehr, Mann. Mach ich nochmal. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. 40 ja dieser goldmedaillen farber den ich hier vor mir habe ja der geist der hat aber auch keinen verkehr ja das stimmt den sprungtest schafft das schaffst du noch andere ist 20 bei bronze ich fahr gerade rückwärts schneller wie der mpc verkehr vorwärts okay ja gold habe ich bekommen so nur nichts dran aufpassen 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 precision test das sind die tore da kann sie auch gut in straßenwagen machen nur silber leck mich am arsch naja plus 29 immerhin ja es ist trotzdem ziemlich krass oder für stufen kriegen warte mal mal denn ja noch schönes immer schönes punkt damit du alles kannst du deinen tuner aufrufen kannst gucken was du beteilig noch raus auf der aufhängung raus reifen draußen sowas lohnt sich am am meisten wenn du da die das guckst wo du am meisten passest ich könnte natürlich auch mal beim schnell tuner kurz gucken ja ja was du da hast vielleicht schnell tuner weiß ich nicht näher doch weil der sagte manchmal kannst du noch bessere teile einbauen aber ist doch scheiße bei automatisch tun hier da ist er guckt das coole ist du kannst du bin hier locker vor dem goldgeist gerade bei dem slalom test aber habe ich so kann ich überall keine blitz auf mann ja zehn sekunden noch das habe ich locker noch plati wenn man bei slalom echt jeden jeden voller kriegt ne dann bringt das schon echt ne menge ja platin 40er teil plus 54 sehr schön nice beutetest will ich nicht aber ich brauche scheinbar neue reifen bild motorkern brauche ich auch ist das slalom test nehme ich doch glatt mit slalom fahre ich mit dem auto gerne bild lekt ne ne kriege ich nicht ne 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 Das Slalom-Test kann man gut fahren. Manchmal sind die Geister aber auch nervig, oder? Ja, bei dem einen, bei dem du genau in deinem drin bist. Ich fand es schlimm bei dem Hammer, bei dem Hammer vorhin, wo du nichts mehr gesehen hast. So knapp, Frau Gold. Ich muss sagen, bei den Slalom-Test habe ich halt wirklich überhaupt keine Probleme mit Platin zu erreichen. Ne, ist ausstattig. Dafür ist der Straßenlang extrem gut. Nochmal schauen. Slalom-Test, okay. Würde ich an der Stelle mal suchen. Ja, das ist halt eine vernünftige Strecke dafür. Ja, klar. Unten im Süden ist er auf dem Highway. Sehr viel Slalom und da kannst du schön auf einer geraden Strecke. Ja, ob ich jetzt hier Platin schaffe, aber Gold ist drin. Noch ein Sprung. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Mega krass lange Anlaufstrecke. Okay. Okay. Okay, die kann ich alle nicht machen. Oder war ich noch nie. Ja, Getriebe kriege ich da an. Getriebe brauche ich noch. Okay. Okay. Sollte ihr in Miami oder? Ich bin gerade so, dass sie halt auch zwischen Miami und Las Vegas sind. Dieser verfickte NPC, ey. Naja. Was? Wo ist denn bei dir im Süden auf dem Highway? Muss ich jetzt mal blöd fragen. Ja, die unterste Straße, die du da hast. Da sind so viele Tests. Wo sind die Tests? Ganz südlich. Mitte-südlich so. Lalom-Test. Gold plus 5 bringt mir nicht viel. Oder ich habe das wahrscheinlich noch nicht aufgedeckt, das was Tech-O-Meint. Unten im Süden sind wir dann mal langgefahren, glaube ich zumindest. Ach, hier. Alles klar. Ich bin immer zwei nah, sehr nah beieinander. Flucht. Oh nein. Ich habe beim Slalom-Test einfach einen Tor verhauen. Mein schönen Bonus. Weggegeben. Slalom. Das wollen wir. Da wollen wir hin. Na, sieh. Hochpimpen die alten Tannen hier. Oh, plus 58 kriege ich hier. Weil wir jetzt halt sind wir eigentlich. Sogar 17, 18. Ich kann gerade nicht gucken. Mobiler-Tunior, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch ein Ansaug-System und einen Auspuff. Oh, Differential kann ich einbauen. 20 sind wir. 20, ja. Dann sollte man die Stasche zum Schluss machen, oder? Warte, ich bin gerade im Slalom-Test. Ja, klar, dann warte ich noch so lange. Und ich gucke mir schon mal einen Test aus wie ein Ansaug-System. Nö, nö. Ich brauche ein Ansaug-System. Wo siehst du das, was du kriegst? Äh, das wird dir angezeigt da. Ah, okay. Wenn du auf den Test auf ein Map gehst, das wird dir ja jetzt gezeigt. Getriebe. Das war es schon wieder. Ach, beschissen. Scheiße. Okay, ich bin fertig. Bist fertig, ja. Macht noch irgendjemand? Ach ja, wenn die... Nee, ach so. Okay. Ah, shit. Also. Ja, dann war es das für diese Folge. Schaut auch bei den anderen Kanälen mal vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und schau. Tschüss. Tschüss.